Ich wette mit dir, du kennst dein Produkt und deine Leistungen in- und auswendig. Vielleicht produzierst du eben schon ewig Videos oder erst seit Kurzem. Fakt ist, oft ist man in seinem Tunnel und in seiner Bubble, macht viele Dinge selbstverständlich, weil man es schon immer so gemacht hat oder weil es eben funktioniert. Aber es könnte noch besser funktionieren. Du weißt es nur noch nicht. Deswegen ist es ab und zu nötig, jemanden einen Blick von außen auf deinen Kanal werfen zu lassen, um neue Ideen und Erkenntnisse zu gewinnen. Und wir als Agentur haben Erfahrungen mit den unterschiedlichsten YouTube-Kanälen und Themenbereichen. Und von diesen Erfahrungswerten kannst dann du und dein Kanal profitieren. Bei unserem YouTube-Audit wird dein Kanal auf Herz und Nieren geprüft. Welche Stärken und welche Schwächen hat dein Kanal? Wo sehen wir Chancen, die du nutzen solltest? Und wo läufst du vielleicht Gefahr, dich zu verzetteln? Wir schauen uns deinen Kanal ganz genau an und du bekommst konkrete Optimierungs- und Handlungsempfehlungen, wie dein YouTube-Kanal und damit auch dein Videomarketing erfolgreicher werden kann. Dabei ist es eigentlich ziemlich egal, ob du oder dein Unternehmen schon Jahre auf YouTube seid oder erst seit Kurzem. Ein paar Monate, ich sag mal so, mindestens acht sollten es schon sein, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Beim YouTube-Audit schauen wir uns Folgendes ganz genau an. 1. Dein Auftritt Die Kanal-Seite ist die Visitenkarte für dich auf YouTube. Wir geben dir konkrete Empfehlungen, was du tun musst, damit sich Nutzer, darunter hoffentlich viele neue Kunden, auf deinen Kanal zurechtfinden und du einen professionellen Eindruck bei ihnen hinterlässt. 2. Wie präsentierst du dich zum Beispiel beim Kanal-Trailer? Oder hast du überhaupt einen Kanal-Trailer? 3. Welche Playlisten und Videos solltest du auf der Kanal-Seite platzieren und welche nicht? 4. Was sollte in der Kanal-Info stehen und was kannst du beim Community-Management besser machen? Als nächstes schauen wir uns deine Videos an und geben dir konkrete Tipps, wie du deine Titel und deine Beschreibungen anpassen kannst, damit mehr Nutzer klicken und die Videos in der YouTube-Suche ranken. Es gibt viele Faktoren, die für den YouTube-Algorithmus eine Rolle spielen. Und auf diese Faktoren prüfen wir deine Videos. Auch inhaltlich analysieren wir deine Videos. Du kannst noch so einen guten Auftritt haben. Wenn der Inhalt nicht stimmt, dann funktionieren auch deine Videos nicht. Was kannst du also beim Aufbau, beim Design und beim Inhalt besser machen, damit die Nutzer noch begeisterter von deinen Videos sind? Als nächstes geht es um die Strategie und deine Formate. Hast du überhaupt eine richtige Strategie? Und erreichst du damit auch deine Unternehmensziele? Wir zeigen dir auch, welche Arten von Videos deinem Kanal einen neuen Boost geben können und wie du deine Ziele besser erreichen kannst. Auch schauen wir uns deine Analytics-Werte im YouTube-Studio an. Gibt es Auffälligkeiten? An welchen KPIs solltest du dringend arbeiten, um deine Ziele zu erreichen? Und wie kannst du diese KPIs optimieren? Bei jedem der genannten Punkte zeigen wir dir Potenziale auf und geben dir konkrete und detaillierte Handlungsempfehlungen, die du sofort umsetzen kannst. Generell schauen wir über alle Bereiche, aber legen den Fokus auf das, was dir am meisten bringt. Das heißt, wir arbeiten nicht nach Schema F, sondern passen die Analyse an deinen Kanal und deine Bedürfnisse an. Nachdem du uns kontaktiert hast, wir die Rahmenbedingungen geklärt haben und du uns das Go für den Auftrag gegeben hast, machen wir ein kurzes Briefing zusammen. Das heißt, du erklärst uns, wie dein Unternehmen tickt, was dir wichtig ist und was dein Ziel mit YouTube ist. Danach geht es los und wir prüfen deinen Kanal. Dabei entsteht ein umfassendes Dokument mit unseren Erkenntnissen und deinen Möglichkeiten. Also eine To-Do-List, die du nach dem Audit Schritt für Schritt abarbeiten kannst. Diese To-Do-Liste gehen wir dann in einem Abschlussgespräch mit dir durch und du kannst dann, wenn dir was unklar ist, jederzeit nachfragen. Wir freuen uns schon, dich und deinen Kanal kennenzulernen und mit dir dein YouTube-Marketing auf ein neues Level zu heben. Also warte nicht zu lange und kontaktiere uns auf seokratie.de über unser Kontaktformular oder ruf gerne direkt an. Ich freue mich!